Ich weiß, ich habe das in letzter Zeit jetzt schon ein paar Mal gesagt, wahrscheinlich können wir sogar eine ganze Videoreihe draus machen, aber heute habe ich wirklich was ganz Besonderes für all die Leute, die sich schon über diesen sogenannten Ferryflug, also wenn man so möchte, über einen Leerflug eines Lufthansa A380 von Frankfurt nach München darüber geärgert haben, dass auf diesem Flug vom Technikstandort Frankfurt zum Stationierungsort des Flugzeuges München keine Passagiere an Bord waren. Da passt mal auf, da kommt noch was Besseres. Viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen, ich hoffe es geht euch gut. Die Fluggesellschaft Qatar Airways ist neben einem im internationalen Vergleich hervorragenden Kabinenprodukt auch bekannt für viele neue Flugzeuge in zeitlich überschaubaren Abständen. Also Qatar Airways, genauso wie Etihad Airways, Emirates und so weiter, die gehören ganz klar zu den Fluggesellschaften, die in den letzten zwei Jahrzehnten mit immer und immer wieder irren Wachstumsraten bei den Passagierzahlen und eben auch bei der Anzahl der Flugzeuge in der Flotte auf sich aufmerksam gemacht haben. Nicht selten konnte Qatar Airways in den letzten Jahren in beiden Punkten im zweistelligen Prozentbereich wachsen und das ist echt ziemlich beeindruckend. Wirklich interessant wurde es beim Thema Flugzeugtypen bei dieser Fluggesellschaft, dann spätestens ab dem Jahr 2007, denn da wurden die ganzen Bestellungen für die jetzt aktuelle Flugzeuggeneration getätigt. Man kaufte damals direkt mal 80 Airbus A350, war sogenannter Launching Customer für diesen Flugzeugtypen. Dazu gab es dann kurz darauf im selben Jahr nochmal 30 Boeing 787 Bestellungen. Dazu wurden noch ein paar neue 777 gekauft, es wurden immer mal wieder Optionen in feste Bestellungen umgewandelt, es wurden Frachter gekauft, es wurden immer mal wieder Flugzeuge der A320 Familie neu bestellt und so weiter. Auf jeden Fall, die Fluggesellschaft fliegt seit heute gerade mal ungefähr 25 Jahren und betreibt aktuell eine Flotte bestehend aus 242 Flugzeugen mit einem Durchschnittsalter von nicht einmal 6 Jahren. Und das ist ziemlich krass. Darunter befinden sich bereits über 50 Airbus A350, mittlerweile fast 80 Boeing 777 und 30 Boeing 787 Dreamliner. Und 787 ist schon mal ein ganz guter Stichpunkt, denn normalerweise fliegt Qatar Airways eigentlich ja nur mit der 787-8 durch die Gegend. Und die haben sie auch alle schon ein paar Jahre und sowas. Die sind auch nicht mehr mit der neuesten Business Class, mit der Q-Suite unterwegs, aber da kommen wir gleich nochmal zu. Jetzt hat die Fluggesellschaft allerdings in den letzten beiden Tagen, zumindest ganz offiziell auf dem Papier, direkt mal 7 Boeing 787-9 in ihre Flotte übernommen. Aus einer Bestellung von insgesamt 30 Boeing 787-9 für Qatar Airways. Da kann man schon mal ein bisschen skeptisch werden, weil so viele Flugzeuge auf einmal übernehmen, das ist schon nicht ganz ohne. Und jetzt schaut man mal auf Flightrader nach und findet diese ganzen Flugzeuge auch. Da wurden tatsächlich vor zwei Tagen direkt vier Boeing 787-9 hintereinander von Seattle nach Doha geschickt. Also das waren die Auslieferungsflüge, alle vier Maschinen hintereinander, was schon mal ziemlich beeindruckend aussieht. Und am nächsten Tag schickt man die nächsten drei Flugzeuge hintereinander nach Doha. Die Flugzeit für diese Verbindung beträgt ziemlich genau 14 Stunden und das natürlich für alle hier beteiligten Flugzeuge. Tja, und währenddessen konnte man dann gestern die ersten vier ausgelieferten Maschinen beobachten, wie sie sich von Doha wieder auf den Rückweg in die USA gemacht haben. Es ging allerdings nicht zurück nach Seattle, sondern diesmal nach Victorville. Nur nochmal ganz kurz, um das wirklich klar zu machen. Also exakt die vier Flugzeuge, die man vorgestern von Seattle aus nach Doha hat fliegen lassen, für die Auslieferung, die hat man jetzt einen Tag später zurück in die USA geschickt. Allerdings nicht nach Seattle, sondern nach Victorville an den Ort, an dem beispielsweise Lufthansa ihre ausgedienten McDonnell Douglas MD-11 Frachter abstellt. Ob das genauso jetzt auch mit den nächsten drei Maschinen des Typs gemacht wird, das ist zu dem Zeitpunkt, wo ich das ja aufnehme, noch nicht ganz klar. Allerdings gilt es als ziemlich wahrscheinlich, dass das genauso laufen wird. Tja, zusammengefasst bedeutet das, Boeing hat sieben mehr oder weniger fertige Dreamliner an Qatar Airways übergeben und die schicken die Dinger wieder zurück in die USA. Aber warum? Naja, höchstwahrscheinlich zumindest, weil das ganz einfach vertraglich so geregelt wurde. Es hieß die ganze Zeit sieben Dreamliner bis 2020 und es sind eben genau diese sieben Flugzeuge, die hier auf den letzten Drücker, wie gesagt, mehr oder weniger fertig an Qatar Airways übergeben wurden. Die neue 787-9 der Fluggesellschaft soll aber natürlich mit der aktuellen Business Class ausgestattet sein. Und Qatar Airways hat noch keine Q-Suite in der Boeing 787, die findet man nur im A350 und in der 777. Das heißt, das Produkt muss für die 787 modifiziert werden, nicht zuletzt auch aufgrund der etwas geringeren Kabinenbreite der 787 im Vergleich zum A350 und der 777. Qatar Airways hatte das so auch immer und immer wieder angekündigt und dass die modifizierte Q-Suite die Auslieferung der 787-9 bei dieser Fluggesellschaft verzögert. Das ist auch nichts Neues, das wissen wir auch schon ein bisschen länger. Akbar Barker, also Chef von Qatar Airways, sagte bereits im Oktober, die 787-9 für dieses Jahr seien bereits fertig, allerdings fehlt dort noch die angepasste Q-Suite. Und das hat sich bis heute wohl nicht geändert. Und jetzt wird natürlich eine ganze Menge aufgrund dieser Flüge spekuliert. Und ich weiß, eigentlich möchte ich euch jetzt gerne ein paar Fakten erzählen, aber wir bekommen hier zum aktuellen Zeitpunkt natürlich weder vom Flugzeughersteller noch von der Fluggesellschaft entsprechende Fakten. Und das sicherlich auch aus gutem Grund. Plausibel ist hier Folgendes. Boeing und die Fluggesellschaft wollten auf jeden Fall im Jahr 2020 pünktlich die Auslieferung der ersten 7 für Qatar Airways bestimmten 787-9 finanisieren. Und auch wenn wir jetzt auf der Boeing-Internetseite keine wirklich passende Definition einer Flugzeugauslieferung bekommen und natürlich auch keinen Einblick in die Verträge zwischen Qatar Airways und Boeing haben, so gibt zumindest Airbus auf ihrer Internetseite einen Flug zur Homebase der jeweiligen Fluggesellschaft als finalen Teil einer meist mit allen Checks und allem drum und dran 5 Tage andauernden Auslieferung eines Verkehrsflugzeuges an. Das bedeutet, um die Auslieferung dieser 7 Flugzeuge jetzt wirklich zu finalisieren und darum ging es hier ja anscheinend, ist der Flug zur Homebase der Fluggesellschaft nötig. Und das hat man hier ja genauso gemacht. Die jetzt ganz offiziell Qatar Airways gehörenden 787-9 sind jetzt aber eher immer noch nicht mit der aktuellen Q-Suite ausgestattet. Das heißt, die Dinger fliegen zum Ausstarten, jetzt wieder zurück in die Vereinigten Staaten. Und Boeing hat nirgendwo auf dem Hof so richtig Platz zum aktuellen Zeitpunkt, verständlicherweise. Das heißt, man stellt die neuen Maschinen nach Victorville mehr oder weniger in die Wüste. Das ist allerdings auch gar nicht so unüblich. Boeing hat schon häufiger mal fertige Flugzeuge dort nach Victorville gebracht, um sie dort einfach für einen gewissen Zeitraum zu parken. Dort warten die ansonsten ja fertigen Flugzeuge jetzt also auf ihre Business Class und wenn die dann irgendwann da ist, dann geht es für alle 7 Maschinen höchstwahrscheinlich auf ziemlich direktem Wege zurück nach Doha und dort werden sie ganz normal bei Qatar Airways eingeflottet und eingesetzt. Tja, das klingt, wenn man mal ganz kurz drüber nachdenkt, überhaupt nicht sinnvoll. Hier steht sicher ein für uns natürlich nicht einsehbarer Deal zwischen Fluggesellschaft und Flugzeughersteller im Hintergrund, welcher die finanzielle Herausforderung dieser ganzen Aktion sicherlich auf Seiten des Flugzeugherstellers hält. Aber für die war es eben anscheinend sehr, sehr wichtig, diese Auslieferung auf jeden Fall bis zum Jahreswechsel durchzubekommen und Qatar Airways ist ja nun auch bekannt dafür, diese Der-Kunde-ist-König-Position immer ganz stur durchzuziehen, was bei einem solchen Flugzeugtypen vielleicht auch einigermaßen nachvollziehbar ist. Aber über eine wirklich echte Auslieferung dieser 787-9 als betriebsfertiges Flugzeug für die Fluggesellschaft, darüber wissen wir jetzt noch immer nichts Neues. Wir wissen nur, dass man hier sieben Flugzeuge ziemlich sinnlos um die halbe Welt hat fliegen lassen. Gut, aber da soll sich jeder seine eigene Meinung zu machen. Ich bin da sehr gespannt auf eure Kommentare zu dem Thema und dann soll es das heute auch gewesen sein. Ich hoffe, es ist okay für euch, dass heute nicht so viele interessante Fakten dabei waren, wie das sonst der Fall ist. Aber ich wollte euch trotzdem auf jeden Fall von dieser Aktion berichten und wie gesagt, freue mich da sehr auf eure Meinung zu dem Thema. Und dann geht heute noch ein großes Dankeschön raus an Uwe. Vielen lieben Dank an dich für deine tatkräftige und großzügige Unterstützung als neues Kanalmitglied. Du bist immer und immer wieder dabei und unterstützt den Kanal, wo du kannst. Das finde ich sehr gut. Vielen lieben Dank dafür. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss. Bis dahin, lasst es euch gut gehen, 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 lasst es euch gut gehen,